Im vorherigen Video in dieser Reihe habe ich gezeigt, wie man dynamisch, also zur Laufzeit oder auch zur Ausführungszeit des Programms, neuen Speicher vom Betriebssystem anfordert, die Größe dieses angeforderten Speichers verändert oder auch den Speicher wieder freigibt. Die Funktionen, die man dafür benötigt, sind ziemlich überschaubar. Das sind nämlich nur vier Funktionen, mAlloc oder cAlloc, reAlloc und free aus der Standard Library. So, in diesem Video nutze ich jetzt die Funktionen mAlloc und free, um eine sogenannte einfach verkettete Liste zu programmieren. Eine solche Liste ist eine dynamische Datenstruktur, das heißt, diese Liste kann bestimmte Daten speichern und zur Laufzeit des Programms können nach Bedarf Listenelemente hinzugefügt oder gelöscht werden. Das Besondere dabei ist nun, dass der Speicherplatz für ein neues Listenelement erst zur Laufzeit angefordert wird, also immer genau so viel Speicher belegt wird, wie auch tatsächlich benötigt wird. Dafür brauchen wir also die Funktionen mAlloc, um ein neues Listenelement anzulegen bzw. free, um ein Listenelement zu löschen und den nicht mehr benötigten Speicher freizugeben. Bevor wir jetzt aber in die Programmierung dieser Datenstruktur einsteigen, will ich auf eine wichtige Sache dabei hinweisen. Stellen wir uns dazu vor, dass wir schon eine Liste mit ein paar Elementen angelegt haben und diese Elemente stehen irgendwo im Speicher. Wenn wir nun ein weiteres Element an die Liste anfügen wollen, müssen wir also zunächst einmal Speicherplatz für das Element mit mAlloc anfordern. Wenn dabei alles glatt geht, wird uns irgendwo im Speicher ein neuer Speicherplatz zur Verfügung gestellt, aber ziemlich sicher nicht genau hinter der bestehenden Liste. Dort können wir dann also ein neues Listenelement erstellen und damit wir dann auf dieses Element später zugreifen können, müssen wir uns also die Adresse, unter der dieser neue Speicher zur Verfügung gestellt wurde, merken. Und genau genommen gilt das natürlich nicht nur für dieses neue Element, sondern man muss sich die Adressen aller Elemente merken, die der Liste schon hinzugefügt wurden. Die Frage ist nun, wo genau man diese Adressen speichert. Eine sehr elegante Möglichkeit dafür ist jetzt folgende. In den einzelnen Listenelementen speichern wir nicht nur die eigentlichen Nutzdaten ab, sondern auch noch die Adressen des jeweils nächsten Elements der Liste. Dadurch entsteht also eine Verkettung der Listenelemente, woraus sich auch die Bezeichnung dieser Datenstruktur ableitet. Über die Adressen des jeweiligen Nachfolgeelements kann man dann also durch die Liste navigieren. Wenn man aber eben immer nur die Adresse des Nachfolgeelements und nicht die des Vorgängers kennt, ist dieser Listentyp eine sogenannte einfach verkettete Liste, die ein bisschen wie eine Einbahnstraße funktioniert. Man kann also nur vorwärts navigieren, aber nicht zurück. So, besonders behandeln muss man jetzt noch den Start und das Ende der Liste. Um also überhaupt einen Zugriff auf die Liste zu bekommen, muss man sich in einer separaten Pointervariable die Adresse des ersten Listen-Elements speichern. Und beim Ende der Liste ist es nun mal so, dass es noch kein Nachfolgeelement gibt, so dass das letzte Element als Adresse auf den Nachfolger den Null-Pointer speichert. Fügt man dann ein weiteres Element der Liste hinzu, bleibt der Start der Liste natürlich erhalten, aber das Ende verschiebt sich. In dem vormals letzten Element speichert man dann also die Adresse des neu angefügten Elements. Und zu dem neuen Element gibt es noch keinen Nachfolger, also wird hier wiederum der Null-Pointer gespeichert. Okay, nachdem wir uns also genug Gedanken darum gemacht haben, wie wir diese Datenstruktur implementieren wollen, können wir in die Programmierung einsteigen. Wir starten zunächst einmal damit, für die Nutzdaten, die wir in der Liste speichern wollen, eine Datenstruktur anzulegen. Die kann im Grunde beliebig sein. Für dieses Beispiel hier erstelle ich eine Struktur, die nur eine Integer-Variable speichert, aber das ist eben nur stellvertretend für irgendeine komplexe Struktur. Wie ich aber gerade schon gezeigt habe, reicht es nicht aus, nur die Nutzdaten zu speichern, sondern wir benötigen in den Listen-Elementen immer auch noch einen Pointer auf das nachfolgende Element. Und dafür erstelle ich eine weitere Struktur. In unserem Hauptprogramm können wir nun schon mal eine Pointer-Variable anlegen, in der wir den Start der Liste speichern. Da unsere Liste hier aber noch leer ist, initialisiere ich den Pointer auf den Start der Liste mit Null. So, als erstes können wir jetzt eine Funktion schreiben, die uns die Elemente der Liste in der Konsole ausgibt. Noch ist unsere Liste zwar leer, also würde die Funktion noch nichts ausgeben, aber später wollen wir die Liste ja mit Elementen befüllen und dann hilft uns, diese Anzeige-Funktion zu überprüfen, ob die Liste auch korrekt befüllt wird. So, diese Funktion nenne ich jetzt showList und die bekommt als Parameter den Pointer auf den Start der Liste übergeben und zurückgeben soll sie nichts. Als erstes überprüfen wir in der Funktion, ob der übergebene Pointer den Wert Null hat. Dann wäre nämlich die Liste leer und das könnte man dann ja auch ausgeben. Wenn die Liste aber nicht leer ist, können wir die Nutzdaten des ersten Elements ausgeben. p ist hier also ein Pointer auf das aktuelle Listen-Element, dessen Daten wir ausgeben. So, nun überprüfen wir, ob das aktuelle Listen-Element einen Nachfolger hat, was der Fall ist, wenn die Adresse des Nachfolgers also nicht Null ist. Und solange diese Bedingung also erfüllt ist, speichern wir in p immer den Pointer des Nachfolger-Elements und geben die jeweiligen Nutzdaten aus. So, und wenn die Liste dann vollständig ausgegeben wurde, können wir das Ganze noch mit einem Zeilenumbruch abschließen. Das Ganze können wir jetzt schon einmal testen. Weil unsere Liste hier aber eben noch leer ist, erscheint hier in der Konsole jetzt aber nur der entsprechende Hinweis. So, um das Befüllen der Liste kümmern wir uns dann jetzt als nächstes. Und dazu erstelle ich eine Funktion appendElement. Der Rückgabewert vom Typ int soll lediglich angeben, ob das Anhängen eines neuen Elements erfolgreich war oder nicht. Bei Erfolg soll eine Null, andernfalls eine Minus-1 zurückgegeben werden. Viel interessanter als der Rückgabewert sind aber die Übergabeparameter für diese Funktion. Fangen wir mit dem zweiten Argument erstmal an. dimp ist ein Pointer auf die Struktur Data, in der also die Nutzdaten gespeichert sind. Damit ich diese Nutzdaten in der Funktion appendElement nicht mehr ändern kann, habe ich diesem Parameter das Schlüsselwort const vorangestellt. Und das bewirkt also, dass die Nutzdaten in der Funktion als unveränderliche Konstante behandelt werden. Das erste Element start soll der Pointer auf den Start der Liste sein. Im Gegensatz zur Funktion showList wird dieser Pointer aber als Referenzparameter übergeben, worauf ich jetzt noch etwas genauer eingehen will. So grundsätzlich kann also auch ein Pointer genau wie jede andere Variable an eine Funktion als Wertparameter oder als Referenzparameter übergeben werden. Und bei der Übergabe als Wertparameter, wie zum Beispiel bei der Funktion showList, wird in der Funktion eine Kopie der Pointervariablen erstellt. Der Wert dieser Kopie könnte dann also verändert werden, ohne dass dies den ursprünglichen Pointer beeinflusst. Bei der Übergabe als Referenzparameter, wie hier bei der Funktion appendElement, wird aber eine Pointervariable angelegt, die wiederum auf den Pointer vom Typ listElement zeigt. Auf den Wert dieses Pointers kann man dann also sowohl schreibend als auch lesend per Dereferenzierung zugreifen. So, warum ist das hier aber wichtig, dass wir den Startpointer als Referenzparameter übergeben? Stellen wir uns dazu vor, dass die Liste noch leer ist. Dann hat der Startpointer den Wert null. Wenn wir der Liste aber ein erstes Element hinzufügen, soll dieser Wert ja mit der Adresse des ersten Elements überschrieben werden. Wir müssen also den Wert dieses Pointers verändern und das geht eben nur bei Übergabe als Referenz und nicht als Kopie. Okay, so dann beginnen wir nun damit, die Funktion appendElement auszuprogrammieren. Als erstes fordern wir hier mit der Funktion mAlloc Speicher für ein neues Listenelement an. Wie ich schon in dem vorherigen Video erklärt habe, liefert mAlloc einen Pointer vom Typ Void auf den reservierten Speicherbereich, den wir dann über einen Typecast in den richtigen Datentypen konvertieren. Nach der Anforderung von Speicher müssen wir wie immer zunächst überprüfen, ob dieser auch bereitgestellt werden konnte. Wenn also der Rückgabewert von mAlloc nicht null ist, die Speicherbereitstellung also erfolgreich war, können wir in dem Speicher ein neues Listenelement anlegen und quittieren das mit dem Rückgabewert null. Andernfalls geben wir als Fehlermeldung eine minus 1 zurück. Okay, jetzt kümmern wir uns dann um das Anlegen des Listenelements. Und dazu übertragen wir in den Speicher zunächst die Werte, die wir der Funktion per Referenz über den Parameter dInp übergeben haben. So, jetzt müssen wir noch bedenken, dass das vormals letzte Element der Liste nun ja auf das gerade neu erstellte Element zeigen soll. Der Pointer next des vorletzten Elements hat jetzt also noch den Wert null und der muss auf next Element gesetzt werden. Dazu müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Wenn nämlich die Liste noch leer war und das gerade erstellte Element das erste Element ist, muss der Pointer auf den Start der Liste gesetzt werden. Andernfalls, wenn also das erstellte Element nicht das erste Listenelement ist, müssen wir ausgehend vom Start bis an das Ende der Liste navigieren. n ist hier also ein Pointer auf das erste Listenelement. In der Wildschleife wird dieser Pointer immer auf das nächste Listenelement gesetzt, solange der Wert nicht null ist. Wenn die Schleife also abbricht, haben wir bis zu dem jetzt vorletzten Listenelement navigiert, dessen next Pointer ja noch den Wert null hat und den müssen wir nun mit dem Pointer newElement überschreiben. So, damit ist dann die Funktion appendElement komplett und die können wir jetzt testen, indem wir in der Liste fünf Elemente hinzufügen und das machen wir wieder in der Main-Funktion. In der Konsole sehen wir jetzt also, dass die Liste zu Beginn des Programms noch leer ist und dann werden fünf Elemente, hier also fünf Integerzahlen mit den Werten von 1 bis 5, hinzugefügt. Als letztes möchte ich jetzt noch zeigen, wie man die Liste wieder leeren kann und den Speicherplatz der einzelnen Listenelemente wieder freigibt. Und das machen wir mit einer Funktion clearList. Diese Funktion bekommt den Start auf die Liste wiederum als Referenzparameter übergeben, also genau wie bei der Funktion appendElement. Und das machen wir so, damit der Wert dieses Pointers wieder auf 0 gesetzt wird, wenn die Liste nämlich gleich komplett geleert wurde. Für den Löschvorgang benötigen wir jetzt hier zwei Pointer auf ListenElemente. Ein Pointer zeigt auf das jeweils aktuelle Element, das wir löschen und dessen Speicher wir freigeben wollen. Diesen initialisieren wir mit dem Start der Liste und NextElement ist ein Pointer, der jeweils auf das Nachfolge-Element zeigt, auf das wir springen, wenn das aktuelle Element gelöscht wurde. Als erstes könnte man nun zunächst einmal prüfen, ob die Liste nicht schon leer ist und eigentlich nichts gelöscht werden muss. Nur wenn also diese Bedingung erfüllt wird, gibt es überhaupt Elemente, die gelöscht werden sollen. Und das machen wir dann so. Ausgehend von dem aktuellen Element merken wir uns also den Pointer auf das nächste Element und die Referenz auf den Start der Liste setzen wir dann immer auf das nächste Element. Das ist ziemlich wichtig, denn wenn zum Beispiel bei der Funktion free mal etwas schief laufen sollte und man sich nicht die Referenz auf das nächste Element der Liste gemerkt hat, würde man den Zugriff auf den kompletten Rest der Liste verlieren. Man hätte also keinen Zugriff mehr auf die Liste und der Speicher würde sozusagen in der Luft hängen. So, dann können wir den Speicher des aktuellen Elements freigeben, was gleichbedeutend damit ist, dass dieses Element aus der Liste gelöscht wird. Und dann setzen wir den Pointer des Nachfolge-Elements auf das aktuelle Element, wo wir also dann diesen Vorgang wiederholen. Und das wird so lange gemacht, bis es kein nächstes Element mehr gibt, also Next-Element den Wert Null hat und damit das Ende der Liste erreicht ist. So, diese Funktion können wir nun auch noch einmal testen, indem wir sie in der Main-Funktion aufrufen, nachdem wir die Liste schon befüllt haben. So, nach dem Ausführen des Programms sehen wir nun, dass die Liste wieder komplett gelöscht wurde und damit also leer ist. Und dann ab, dass die Liste später die Liste unten und dann weiss, wenn wir die Liste noch einmal testen, wir sehen uns, Untertitelung des ZDF, 2020